Muss in jedem Falle gut beleuchtet werden, weil das braucht richtig viel Licht. Dann kriegt alles gleichmäßig Licht und alles ist schön. So. Tada, alles hell genug. Wenn man sich die Monster-Spawn-Flächen anguckt mit der Taste F7, sieht man, dass die erste Form wieder anfangen. Hier fehlt noch eine. Ja, aber die Felder selbst sind quasi Monster-Spawn-frei. Genau das war das Ziel der Übung. So. Dann machen wir noch ein schönes Zäunchen drumrum. Die Tore setzen wir dann gleich, wenn es so weit ist, dass wir uns erstmal abgesichert haben mit dem Ganzen. Der Nachteil bei den Glasslights ist, wenn du sie mit Rechtsklick an- und ausmachen kannst. Ja, man kann ja seine Zäune hier hinstellen. Wenn ich jetzt auch versuche, hier einen Zaun hinzustellen, mache ich damit nur das Licht an- und aus. Deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtiger und feile dabei natürlich ordentlich, wie sich das gehört. So. Und dann machen wir das Ganze einfach ein bisschen zu. Fupp! Tada! Jetzt machen wir mal die Monster-Spawn-flächen wieder aus. Das irritiert einen doch zuweilen recht arg. Einmal. Zweimal. Dreimal. Der Optik wegen mache ich aber an jedes Tor ein Fackelpaar hin. Ja. Damit kann man doch schon mal arbeiten. Zapp. Zerrap. Zerrap. Türchen. Türchen. Oh. Nicht-Türchen. Dann halt so. Und so. Hier kann man noch mal rein und raus. Hier kann man noch mal rein und raus. Und hier kann man noch mal rein und raus. Also Beleuchtung haben wir auf jeden Fall genug. Definitiv. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Zapp. Und so. so natürlich nicht. Aber auch nicht. Oh. Blöd. Ärgerlich. Ärgerlich. So. Jetzt aber. Gott. Jetzt passt es doch wieder. So. Und dann haben wir hier Gravel. Plöp. 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 5. So, dann haben wir auch gleich wieder die passende Optik, Gravel und Erde, dazwischen Felder. Vielleicht aber zwischendurch nochmal pennen gehen, sofern man uns jetzt lässt, weil es sind ja doch ein paar Monster in der Nähe des Hauses, aber es geht. Und so allmählich muss ich ein bisschen mehr auf mein Schwert achten. Gut, niemand in der Nähe. Gut, schaut's aus. Die übliche Graveloptik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Spring! Bling, 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 bling. Wie ein Arcade-Automat, weißt du, so aus den alten Arcade-Games in der Spielothek. So, oh, der erste Weizen, aber er ist leider noch nicht reif. Jetzt ist halt die Überlegung, den Chunkloader ein bisschen höher einzustellen, dass hier hinten auch was wächst, während wir nicht da sind, denn wir werden teilweise einige lange Zeit nicht hier sein. So, dann haben wir zumindest schon mal Felder angelegt, Terraforming betrieben und so weiter. Ja, diverse Höhlen haben wir noch zugemacht. Zumindest in Teilen. In Einzelteilen. Äh, was? Was? Hä? Ist gut. Ja, gut. So, kurzes Selbstgespräch. Märchen, guck dir noch aus dem Boden raus. Machen wir da auf eine kleine Import-Export-Gemüse-und-Dropfgeschäft. So, wenn man sich das anguckt, sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Felder haben wir angelegt, Erde haben wir geformt. Ich bin... ...den Umschnitten entsprechend zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben. Monster Drops. Bing, bing, bing. Gut, die Glasslights, die wir jetzt gerade nicht verwendet haben, die tun wir einfach hier oben mit hin. Dann tun wir mal den restlichen Gravelkram zurück. Und auch ein paar Zäune können wir noch wegtun. Obwohl, die können wir vielleicht noch mal aufbewahren. Weil ich ja gesehen habe, dass das so noch nicht passt, wie ich mir das vorstelle. Auch mit dem Gravelweg, den wir da hatten, an den Tierglattern. Aber ich glaube, da hatten wir schon Glasslights im Einsatz, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, hatten wir nicht, siehste. Da geht es nämlich schon los. Eins, zwei, drei, alles klar. Dann einmal so lang. Dann können wir hier nämlich gerade noch den Weg von zu Hause zur... zu den Gattern aufstellen. Jetzt weiß ich auch, warum die Tierchen hier sterben. Da sind Spawnflächen drin. Das geht natürlich nicht. Immer an die Seite mit deinem rosa Hintern. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Jetzt habe ich natürlich die Glasslights weggeräumt. Ich bin auch der schlauesten Einer heute. Es war total clever von mir, die Glasslights wegzuräumen. Okay. Und auch hier war das Ziel des Ganzen. Hier kann ich allerdings nur so arbeiten. Allerdings kriege ich dann die Lampen nicht mehr an. Das ist natürlich doof. Lampe an. So. Haben wir denn hier noch Spawnflächen drin? Nein. Das ist schon mal gut. Wir werden auch hier dem Ganzen mehr Beleuchtung geben. Weil dann brauchen wir nämlich die hier nicht mehr. Zack. Zack. Und zack. Das sieht doch gut aus. Auf diese Weise können wir dann nämlich vielleicht unseren Tieren auch entsprechend Ruhe gönnen, damit hier nicht irgendwelche Viecher auf unsere Tiere losgehen, weil das sind unsere Tiere, die gebe ich nicht einfach so her. So, Licht an. Siehst du, da sind nämlich ein Haufen Spawnflächen drin und genau das wird dann unseren Tierchen zum Verhängnis. Wenn da doch mal irgendwie so ein gemoddetes Monster auftaucht, was uns dann hier die armen Tierchen kaputt machen möchte. Wie bei Most Creatures, wo die Tiere gegenseitig die Tiere angreifen. Also sprich, beispielsweise der Skorpion geht her und greift einen Rochen an und so. Und das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Illegal Space Out of Rank. Cooler Titel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So sollte das aussehen, ja. Flöp. Fertig. Nächster. Da machen wir uns einfach überall richtig Beleuchtung rein, weil wir haben ja auch relativ viele gebaut, Glasslights. Deswegen werden wir die jetzt einfach auch mal benutzen, damit das Ganze hier alles ein bisschen mehr Form annimmt und dem Ganzen mehr Beleuchtung zukommt. So, dann einmal da rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das wäre die Mitte. Das sieht dann zwar alles ein bisschen ulkig und sehr steril aus, aber damit kann ich leben. Solange unsere Tiere dadurch nicht zu Schaden kommen, ist das für mich vollkommen in Ordnung. So, dann machen wir einmal hier ein bisschen zu und dann ist da Erde dran. So, dann fehlt hier noch ein bisschen Licht und dann haben wir's. So. Hier noch ein bisschen Licht und da besser wieder von außen. Und danach sind wir in der Aufnahmepause. Ich bin etwas irritiert, dass hier kein Zauntor ist. Aber das kriegen wir auch noch. So. So. Und so. Dann muss ich noch mal hier hin. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das war's. Damit sind die Tierchen alle ein bisschen sicherer. Du brauchst auch nicht versuchen, da rauszuhopsen. Gehst du wohl zurück in dein Gehege. Gut, und die Beleuchtungsbereiche hier, das werden wir dann entsprechend machen, wenn's soweit ist. Jetzt aktuell sehe ich da noch nicht so einen großen Bedarf drin. Außer eben hier. Aber die Tierchen können jetzt nicht mehr zu den anderen Tierchen spawnen. Das ist super so. Das sieht zwar jetzt alles ein bisschen merkwürdig aus. Das hat aber erst mal seinen Sinn. So. Es ist auf jeden Fall schon mal dunkel geworden. Die Felder stehen. Erde ist geklatscht. Ja. Ankündigungen für die kommenden Projekte sind gemacht. Homepage ist bekannt. Ich freue mich. Zeit für die Aufnahmepause. Wir behalten die Klamotten bei, die wir jetzt haben. Legen uns hier mal kurz auf die Koje. Sagen vielen Dank fürs Zusehen. Und bis planmäßig morgen. Gelle? Bis dann. Tschö.